Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Tiny Tina's Wonderlands gemeinsam mit Fera. Hi, und mit Bea. Hi. So, da hinten ist der Würfel. Ah, ja. Warte mal. Zu spät. Ja, ich hab's gesehen. Hat gedacht, ob's mehr Sinn macht, erst die Beschwörung zu nehmen. 19! Oh, 19! Hoi! Wie hab ich denn die... Was ist das für eine MP? Ah, leider schlechter als alles, was ich hab. Warte. Bitte, dann müssen wir jetzt da wieder hoch und Claptraps Vorladung für den König holen. Aber spätestens hinten an der Brücke kommen wir wieder hoch. Kicktrap! Guten Tag! Ich finde König Archer. Ach, der ist direkt da oben. Das Schwertklauen wäre geil. Hallo, Ubi! Vielen lieben Dank für deinen Lörg! Lörg! Wo bist du? Ach, da bist du hin. Ich bin genau vor dir. Achtung, da wachsen Pilze. Ah. Eine neue Kabel und wieder kein Geld. Ach, wirst du was? So ein Mörder, die Chapelle. Werde ich mich wieder an? Hey! Hey! Sag mal! Wo ist noch einer da? Ah, da bonk! Hallo! Hallo? Ah! mich vorzuladen mich, König Archer Herr des Reichs und Gebieter über diese hölzernen Hallen ja schon was auch immer deiner Aufgabe sein mag ich nehme sie an aber wir müssen uns an das königliche Protokoll halten darum sage noch schnell, was du zu sagen hast ich, Völklettreff lade hier mit König Archi den Ersten seines dummen Namens vor denn obwohl seine schwachen, nudeligen Arme im Vergleich zu meinen spählenden Kolben erblassen, muss er seinen versöhnten Hintern herstehen um extra Kalibar für mich aus diesem Felsen zu ziehen Ende der Durchsage ja ich habe genug gehört stirb jetzt ich könnte noch lange drüber reden wie sehr sie haben ist und genau das ich lign das jetzt tun ja Claptrap mach doch mal was sinnvolles Moment. Der König befindet uns! Der König befindet König! Wie unhöflich ist das denn, bitte! Grund Nummer 3! Hier geht's eigentlich nur um König Arti, aber ist dir schon mal ausgeprägt, dass er irgendwie unliegt? Jetzt wird es nicht, wenn alles finanziert, maßvoll! Der König ist tot! Heißt das, du bist jetzt König? Wahrscheinlich nicht! Wie wir auch sagen, die Legende sagt, wir brauchen nur einer Hand! Die Legende sagt, ich bin jetzt König! Lass ab, euer Worte! Anscheinend nehmen wir jetzt deine Hand mit? WTF? Gut! Claptrap, mach du doch mal was Sinnvolles mit deinem Leben! Was ist nur los? Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit nicht? Das weiß ich nicht! Ich will das ziehen! So! Und zieh! Ist das unseres, oder? Meins! 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 Noch schnell was Goldenes wird nehmen auf dem Weg, ne? Da oben ist ein Waffel! Kommen wir da hin? Über die Pilze? Hier da hinten kommen wir hoch. Glaube ich. Ich glaube, da müssen wir einmal wirklich ganz außen rum. Ne, hier geht's doch über die Wurzel hoch. Ja? Oh, da hinten ja auch. Guck mal, was hier noch ist. Ein Schusser. Heute wollte schon wieder ein Lust-Dämon von mir Besitz ergreifen. Äh, was? Wir versuchen immer, Halb-Dämonen dazu zu bringen, Voll-Dämon zu werden. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Wir sind da hochgekommen. Ich komme nicht über die Wurzel hoch. Ähm, ich bin da diese Steintreppen hoch, so Steinbogen, wo's quasi zu so'n, äh, Dings Friedhof hochgeht, so rechts von der Brücke und dann von dort aus über die Wurzel hochgelaufen. Jetzt seh ich's auch, glaub ich. Oh Gott. Ja. Nein! Ah! Nein doch! Aus Versehen das Meme nachgemacht. Ja! Nein! Ah! So. Oh, was Goldenes. Oh, Firi, jetzt bewege dich doch mal. Bist du denn da hinten? Moment, du bist über die Pilze. Beim Würfel. Ja, ja. Jetzt sind jetzt Fels, ne? Nein! Komm schon! 16 von 20 haben wir gefunden. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Und, ah, Spohr, nein, 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 Fall! Ah! Ist nicht so schlimm, spätestens den zweiten hätte man nicht gekriegt. Wo müssen wir denn hin? Hier hoch. Ah, ja. Doch nicht. Doch. Ja. Über der Wurzel. Da hinten müssen wir aber nicht mehr hin. Trau dich. Oder? Da hinten müssen wir gar nicht hin. Doch. Nein. Wir müssen... Wir standen ja schon davor. Geh weg, Pilzchen. Was sind die Händen? Runter. Ja. Okay. Hier. Hier. Schönen. Mein Money brauche ich anscheinend nicht. Okay. Also, dann öffnen wir mal die alten, sagen umbogenden Tore von Mervins Reich. Ich bin erschwert. Diese elbischen Symbole sagen, sprich Freund und tritt ein. Oh. Eine elbische Klappe. Was ist das elbische Wort für Freund? Soll das ein Witz sein? Ich kenne kaum das gewöhnliche Wort für Freund. Haha. Gut. Mervin! Ich bin es! Sir Claptrap! Der mächtigste aller Helden! Ich komme mit extra Kaliber! Also, Matto! Tritt ein. Das hat funktioniert? Nein, das gibt wirklich ein Messer. Endlich der Respekt, den ich verdiene. Mhm. Ganz bestimmt. Nicht. Das ist nicht Rapunzel. Ist jemand auf der Suche nach der Lochzaubernate? Was? Beweise, dass du ihrer Macht würdig bist, indem du meine Schüler besiegst. Achtung! Aaaaah! Du wettbe mit Feize! Prostiger Kobold. Okay. Hey, hey, hey! Und sprengt alle Leute ins Gesicht. Hi! Werne, wie ihr Claptrap hat nichts gemacht? Ja. Aber nur jemand, der wahre Weisheit besitzt, ist in der Lage, ihre große und schreckliche Macht zu nutzen. Du musst mein Rätsel lösen oder sterben. Sorry, Weisheit habe ich nicht geskillt. Ne. Wenn du die Zerstörung in deiner Hand halten willst, musst du die List durchschauen, um Freund von Feind zu unterscheiden. Nähere dich dem echten, Merwin, und die Lochzaubernate gehört dir. Das sind fünf Stück anscheinend. Ja. Und wir gehen jetzt erstmal zu jedem Falschen, richtig? Safe. Wie der ist nicht? Was? Bin gleich wieder da! Bist du runtergefallen? Ja, ich musste mich ernähren. Ich warte. Achso. War klar. Genieße die ewigen Qualen. Hab keine Angst, Knappe! Ich habe immer eine Schlüftrolle der Portale und vom Krebsverraten. Für den Fall, dass ich einer eigenen Hölle entkommen muss. Help me deeeeeeich! Ich habe immer eine Schlüftrolle der Portale und vom Krebsverraten. Oh! Kann das sein? Die, äh, zangenumfobenen, grauen Ebenen des Unverrücktes. Ich dachte, die wären ein Mythos. Sag mal, kaufst du mir das ab? Hör zu! Ich hole dich da raus, Knappe! Halt dich fest! Nur, äh, sieh nicht so genau hin! Du solltest diesen Teil nicht mitbekommen! Bis ab hat der Code es richtig gut gemacht. Nein! Im Ernst. Ich habe dir sogar zwei Chancen gelassen und du hast es immer noch falsch gemacht. Es ist klar, dass du nicht in der Lage bist, die großartige Macht der Lochzaubernate zu benutzen. Jetzt musst du den Preis für dein Versagen zahlen. Ja, ich kämpf doch schon. Ha! Daran könnte ich mich gewöhnen! Ich hoffe, dich zu bewegen, Mann! Ich kann nicht auf bewegliche Ziele schießen. Einer ist tot. Ja, ich habe auch einen tot. Zwei tot. Hm. Jetzt schnapp dir den Schauber, damit wir von dir abhauen können! Das ist aber leer, dass wir den Lut, Junge! Was Blaues, was Lilanes! Hier ist eine Pilztruhe! Pilztruhe! Schön! Sehr gut! Komm hierher, mein Oberknappe! Ich muss ein Wörtchen mit dir reden! Hier drin! Oh! Lila! We have no mopels? Mopels? There is too mushroom in here! Eat me! Morals würde ich sagen, oder? There is too mushroom in here! Nice! There is too! Eat me! Mushroom in here! Uff! Libby! Du hast dich mit der Kastbarkeit, List und stärker bewährt! Daher kann ich mir niemanden vorstellen, der besser geeignet ist, die Lochzaubernappe zu tragen als du, Knappe! Außerdem hat diese Version miserable Werte und passt nicht zu meinem Bild! Also werde ich Mervyn später so oft besiegen, bis ich was wirklich Gutes bekomme! Hab trotzdem viel Spaß damit! Level up! You sure? Skill! Skidupapa! Schicklichkeit! Was ist denn die Lochzaubernappe? Gesundheit! So, jetzt hab ich Stärke und Konstitution ausgeskillt! Ist ja irre, was du da machst! Hm! So, Tagebuch! Legendäres Fliegedings Kobold im Garten! Die Kobold im Garten sind in Prachthof und keine Ahnung, wo das andere ist! Aber! Hey, the Headquarters! How are you? Aber! Äh, hatten wir jetzt, die wollten noch Linsen des Täuschers machen! Ja! Sollen wir machen, dass wir weiter in der Homeman-Quest kommen? Ja! Gut, dann hab ich die ausgewählt! Wo müssen wir hin? Ja, erstmal in die Oberwelt! Let's go! Oh! Die Oberwelt grad nicht... Ah, jetzt! Weil wir gleichzeitig gemacht haben! Aha! Ach, erstmal wieder runterlaufen! Ach ja, hier kann man ja das Bild nicht bewegen! Oh mein Gott! Ich mag nicht! Ach so! Gut! I have mid-German, by the way! Nice! For me, it's no problem to talk in English to you! If that's helpful! Aber ich kann natürlich auch Deutsch mit dir sprechen! Äh, as you wish! Wie du dir wünschst! Boah, diese Ozean ist so unangenehm groß! Unergründliche Umtiefen! Da müssen wir gleich rein! Äh! Okay! Schön fürs Verlies! Nee! Komm her! Oh nein, 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 nein! Geh bloß weg! Ähm! Wo möchtest du denn lang? Was machst du? Ich frage mich, wo du lang willst! Ja, auf der anderen Seite hier müssen wir hin! Ich drück mal E! Geh und fahr ich du einfach dem Arschlo raus! Oh! Ich komm zu dir! Nein! Oh! Nein! Nee, es kommt jetzt zu mir! Ah! Oh nein! Letzte Sekunde, glaub ich! Oder? Sind wir drin? Ja, das Arschloch hat dich erwischt! Nein! Letzte Sekunde! Oder? Nicht? Okay! Oh nein! Oh nein! Haben wir? Na ja, das dauert echt lange. Da hinten ist noch einer! So! Langsam fände ich ein neuer Gegnertyp ganz cool. Wird's glaube ich nicht geben, das nein. Digga! Oh, und danke für deinen Follow. Alle sprachen einmal gemischt. Tote Dinge. Oh, meine Fresse, ey. Das rechts aber auch. Tröhrchen. Mit Bullshit drin. Nur grün. Kannst reisen. Plüpp. Na ja. Okay. Tötet sie alle. Genau. Mach euch kaputt. Was ist denn das? Das sieht schon viel besser aus. Ich entledige mich, dieser Scheiß-Zauberer da oben, ey. Hm. Oh, hallo. Geh du doch zurück, ey. Okay. Okay, wer fehlt noch? Da oben. Oh, Badass-Zucker. Ja. Ja. Was lila ist. Sehr gut. Ich hab noch was Grünes. Mein Inventar ist voll. Magische Brille. Okay. Ich hab ganz viele Sachen, die ich schon kenne. Ich droppe sie dir. Okay. Oh, Inventar voll. Aber ich hab ganz viele Sachen, die ich noch nicht kenne in meinem Inventar. Und ich hab auch ganz viele grüne Sachen. Ich hab noch eben das Geld geholt. Ja. Geld, Gold, Gold, Geld, Geld, Gold, Gold, Geld. Und weg. Schlimm. Fertig? Ich geh jetzt da schon mal rein. Trete ein. Mit der Marktgräfin sprechen wir aber erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Tiny Tina's Wonderlands gemeinsam mit Vera. Und mit Bea. Ciao. Ciao. Ciao.